Ja, wir befinden uns heute hier auf dem Gelände der Familie Schickling, Haus der Familie. Wir sind heute hier im Zuge unserer Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Dienstabend. Heute haben wir die Sequenz Vorstieg gesichert an einem Baukran im Rahmen der Fortbildung der Absturzsicherung. Die Kameraden Henrik Döller und Michael Bärt sind ausgebildet in der Absturzsicherung. Ich selber bin Höhenretter und wir üben jetzt heute hier den gesicherten Vorstieg im Rahmen unserer Ausbildung. Säge, Schicksal. Darf Fleisch nicht? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020